Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge Minecraft Infinite Evolved Reloaded mit mir, eure Lyria und Opa Zockt. Guten Tag. Genau. Also ihr habt es gesehen in der letzten Folge, das Serverraum mit auch langsam Gestalt an. Und wir machen noch eine weitere Ebene dazwischen. Also Haltestelle für den Fahrstuhl, das wäre die Monster Ebene. Wir müssen jetzt allerdings gucken, welche Höhe die Monster Etage ist. Easy hier. Okay. Gut, gehen wir die Rüge an. Wann mal nicht? Es wäre kein Opa, wenn er mich nicht ärgern würde. Aber wenn wir schon mal da sind, dann kann ich gleich auch mal wieder meine Batterien wieder aufladen. Genau. Batterie ist so schön voll, kommt Opa daher und macht sie leer. Nö, leer nicht. Nö, das gefällt mir nicht. Der ist was anderes. Richtig. Oh ja, war ja fast voll. Wahr. Betonung auf. Wahr. Kann ja auch mal mit dem mal wieder voll machen. Wir gucken jetzt. Warte, welche ist das? Welche Koordinate? Das ist die Z-Koordinate. Ja, ich habe dir noch 39 mal drin gelassen. Gut. 604. Gut. 604. Eisen. Meins. 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 Wenn wir hierher kommen, dann werden wir Jurya erhören. Meins. Werde ich das erste Mal. He. So. Dann müsste hier theoretisch. Nehmen wir mal an das hier so. Frage ist, wie viel Grings brauche ich? Da ist der Fachschulschlag. Da bin ich schon gewundert. Wo ist der? Nein. Ja. Genau. Ja, ja, ja. oh hier ist dense coal auch nicht schlecht nächste feuerzeug ist leeren das geht verdammt schnell ich habe es schon 1 2 3 4 5 6 6 frösschen macht aber wird zu beteilig du kannst du die ganze dauert laufen hier unten ist mittlerweile ja und es brennt und brennt und brennt deswegen doch von links nach rechts von rechts von links aber gibt es nicht so eine advanced vorher habe ich mich auch schon gefragt leider nein ich sage mal ganz in der tafel mit feuerzeugen wieder kaputt so wieso was ist daran nervig ist doch gut das ist so nervig ob es gibt nervigere sachen viel nervigeres zb da wo du graben willst ist überall ja trotzdem das zeug fällt hier überall vor die füße und ach nee das nervt gibt es auch einen trick einfach fackeln und entsetzen ja mache ich ja auch aber jedes machst du dann weiß ich nicht die ganzen laufen voller löcher man mag es kaum glauben aber im einkriff gibt es blöcke damit kann man sich das zu machen ich weiß dann nutze sie doch wo ich ja da war noch feuer wo ich gerade durchgelaufen bin so langsam müssten glaube ich sogar schon die letzten zehn feuerzeuge angebrochen sein ja ok habe ich 30 vollzeuge durchgehauen mal bestimmt was dann am ergebnis rauskommt durch trieb einen schluck während gerade glas durchgebraten wird ich glaube beim letzten mal lage ich irgendwo bei knapp 66 grains aus 30 feuerzeugen ja ok fünf feuerzeuge noch wäre lustig glas zum treppenhaus vier noch wie sehe das denn aus wahrscheinlich kacke noch drei hm ich weiß nicht noch zwei ok na ich lass es mal hat irgendwie was das letzte feuerzeug ich habe in meinem back glaube ich noch eins ok das ist jetzt das vorletzte feuerzeug wieso dreht der ist das ding falsch rum jetzt das letzte feuerzeug das war eh schnell kaputt das war's eins eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht acht ein halb so auf portalebene das ding strom kriegt ziemlich ja sechs screens connected ja es funktioniert hä was war das gerade bist du mit dem fahrschuh gefahren jo oh ok aber ich bin so hochgefahren ja du bist auf server raum ebene gefahren das habe ich gerade bei mir auf dem screen gesehen so ach man die portalebene ist auch erreichbar ich kann mich doch nach hause teleportieren man du möchtest nach hause teleportieren so jetpack aus wunderbar acht und halb stecks grains möchtest du doch einen teleporter haben nein ja wenn du sagtest du willst nach hause teleportieren jo mal heim hau ein befehl das ist du cheater das ist ein cheat befehl so cheater was haltet ihr da vor die zuschauer dass der opa ein cheater ist viermal so lade ich mal den ganzen krams ab und dann geht es nochmal ab in die meinigen dimension das wird jetzt wird es schwierig ich kriege ich hier so organik weg daher kohle und schleimwelle kohle aber ich will so viel sagen äh eine sache sagen für die zuschauer und zwar wir kümmern uns erstmal darum dass wir noch eine zweite weg of holding bekommen ich glaube das wäre auf jeden fall was sinnvolles Die Fackel brauchen wir so hier nicht mehr. Dann brauchen wir ein Bücherregal, dafür brauchen wir Schablonen. Auch ein Strings. Hast du irgendwas grünfarbig mäßiges? Ja. Ich habe eine grüne Blume. Ich kann dir eine abgeben, die packe ich dir in die Baumwollkiste, dann musst du die nur vermehren. Ich brauche grüne Farbe, ich will nichts vermehren und gar nichts damit zu tun haben. Das ist nix damit, ein fauler Sack. Ich suche sie trotzdem in die Baumwollkiste rein. Setel. Du weißt ja, wie man die vermehrt, mit Schere und so weiter und Baummil oder Dünger. So, äh. Genau. Ich brauche... Da war da was mit String. Hier habe ich keinen String, ne? Ja, dann hole ich mir eben String. Ich habe ja genug von den Baumwollzeugsgedönsel. Ich nehme hier so eine müßige, grüne Pflanze. Ja, genau die meine ich. Ey, wo ist die String? 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 Bitte? Habe ich das kaputt gemacht oder was? Du, die Tell, die großgewachse Tell darfst du nicht mit der Faust abbauen. Die musst du mit der Schere abbauen. Wenn du die mit der Faust abbaust, ist sie kaputt. Dann such mir eine neue. So, ich brauche Papier. Das ist so ein Shaded Garden, will ich nicht. Papier, Papier. Da. Mystical Green Flower. Ach nee, warte mal, ich brauche doch mehr Bücher. Ich brauche doch... Warte mal, ich brauche doch drei Bücher für ein Bücherregal. Genau. Du brauchst 48 Bücher für ein Bücherregal. Okay. Ja. Genau. Gibt es hier nicht eine Crafting Table und eine Stick? Aber dann brauche ich später ihn nicht mehr. So, nochmal drei, nochmal sechs Papier. Wie muss ich denn die scheiß große Pflanzen abbauen? Da ist nochmal die Frage. Wie ich die abbauen muss, das scheiß Ding, damit ich da Farbe rausbekomme. Ja. Du brauchst dafür... Also erstmal tust du die Pflanzen ins Crafting Grid, da kriegst du ein Petal. So, die Petal musst du mit Schlüssel und Mörser zermahlen zu Pulver. Das ist die Farbe. Ja. Ja. Aber ich will auch die Pflanzen vermehren. Vermehren? Ganz einfach. Du machst jetzt so Petals und pflanzt die Petals wieder ein. Und lässt sie mit Bonemiel wachsen. Boah, das ist kompliziert, ey. Kompliziert, Alter. Ja. Das ist Pipifax einfach. Soll ich dir die Farbe herstellen? Soll ich dir die Farbe herstellen? Das ist kompliziert. Ja, genau. Du bist einfach zu alt dafür, wa? Wir haben das noch nie gemacht. Mit diesen brutaler Pflanzen. Oh, Mann. Ich mach das schon immer. Ich kenn mich damit halt aus. Alter! Wieso packst du Gold wär dahin, nur Sack? Doch. Ich brauch dafür 4 XP's. Den Scheiß machen wir nie wieder hier. Das ist doch kacke, ey. So werden sie sich den Scheiß einfallen lassen. Opa überfordert mit Musicalflowers. Ja, ist doch kacke sowas hier, ey. Ja, war richtig kacke. Wann warst du nicht einfach so offen ehrlich? Hast du dich gefragt? Wie macht man das? Ich hätte es dir erklärt. Kein Bock auf den Scheiß hier. Tja, um craften zu können, muss man eben nur mal solche Sachen machen. So. Haben wir da immer noch eine Kiste übrig? Oh. Give me a chest, please. Tata, tata, tata. Ich glaub das reicht. Ups. Wie viel Farb war es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 mal von diesen Pedals. Okay. Wie heißt dieses komische Stößel gedönster Vogelfieh? Äh, irgendwas mit Mortar. Diese Stößel-Mörser-Dinger. Irgendwas mit Mortar. Ich kenn den englischen Begriffen. Dich ist von Botania. Mortar. Pestel and Mortar. Genau. Pestel and Mortar. Yeah. Der zweite Back of Holding, liebe Zuschauer. Kann ich nicht bauen, weil ich keine Bohle. Habe. Yeah. Ich brauche davon nur eine einzige. Oh. Kann ich nur die vier Bohlen machen, oder was? Ne, du kriegst drei raus, wenn du drei, wenn du drei, äh, Bretter aneinander setzt. Also eins in einem, eins mitte links, eins mitte rechts, eins mitte unten. Da kriegst du drei solche Schüsseln. Nein, vier Schüssel. Ich brauche nur eine. Oder vier. Ja, gut, dafür. Ja, ist nun mal ein Nebenprodukt. Hahaha. Das brauche ich doch nie wieder hier. So, jetzt das Zeug da. Alter, nimm jetzt die verkackte grüne Farbe. Wo ist die grüne Farbe? Oh, wie nervt mich schon wieder, Google. Jetzt nimmt er die dafür noch nicht mal. Ach so, ich muss daraus ja erstmal hier. Hahaha. Jetzt muss ich das noch, oh, jetzt muss ich das noch mit irgendeinem Schleimball und, oh, Alter. Komm her, grüne Farbe. So, Kohle. Alter, ich weiß genau, warum ich mit dem Scheiß nicht zusammenarbeiten will. Hahaha. Ja, das ist eigentlich mein Schlüssel, wenn wir das eingeschmissen. Meine Güte, jetzt schmeißt das da rein. Ich habe keine Zeit hier, ey. Ich hoffe, da kommt gleich jetzt 48 Millionen davon raus, dann würde ich das nie wieder machen. Oh, hallo das. Oh, kannst du mal die Kohle mal schneller braten hier. Alter, wo ist meine Farbe? Da. So, jetzt habe ich hier 24 von tollen Industrial Diamond. Leck mich am Arsch hier, ey. Da. Das da. Jetzt brauche ich nochmal einen Daxons Mail, da muss ich wieder auskramen. Ne. Das da rein, das da rein, so, jawoll, jetzt kannst du daraus schöne Maschinen Chassis machen. Da brauche ich sechs Stück von. So, da haben wir schon mal eine Sache davon. So, das ist eine Mütter und die ist die untersten drei. Ja, Coldwins. Ach, weißt du, was kommt mir her? Ich mache gleich zwei Sticks Coldwins davon. Ich habe wenigstens Titel für meine Folge, Opa. Du bist mir alle überfordert mit der Farbzucht. Ja, komm her. Eisen Nuggets. Hä? Ich will sagen, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Nein, wir werden Scheiß machen. Ich muss den Kram jetzt hier noch fertig machen. Ach komm, mach davon auch ein Stack. Scheiß drauf. So. Oh Gott. So. Ich habe das doch jetzt gecrafted. Was soll denn das? Ach so, ich brauche noch Darkstil. Oh, jetzt muss ich das auch noch machen, oder was? Kohle. Schon wieder Kohle. Okay, hier kommt. Kohle. Ob. Ich habe kein Obsidian mehr. Das ist kein Scheiß hier. Hier, da kannst du nachts die Kohle durchbrühen. Mann, 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 ey. Wer denkt sich so ein Scheiß hier aus? Ja, NIO ist gar nicht so einfach, ne? Du sollst kein Stil daraus machen. Du sollst da Darkstil draus machen. Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Lass mich einfach in Ruhe. Mach einen Hebel an deinen Alois Meltzer. So, Darkstil, mach da jetzt hier. Schön. Meine Güte, genau die will ich auch haben. Super. Toll, dass du das mal gemacht hast. Das ist toll. So. Was fehlt mir jetzt noch? Ach so. Diese Scheiß Zahn. Wie viel brauche ich davon? Ich krieg die Pimpernellen hier. Zwölf Stück. Toll, ich hab drei Stück. Wir machen Feierabend. Ich kann das Ding da in Ruhe durchbraten. Gut, ihr habt es gehört. Ihr wisst, Schau, ihr macht den Feierabend. Tschüss. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschau Leute. Gut, gut. Glockenzeichen.